Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Jeliz Coach hoffte bei Playboy Shoot noch auf Liebe mit Paco. Die Hoffnung auf die große Liebe war groß. In den vergangenen Wochen hatten Jeliz Cook, 28, und Paco Herb immer wieder für süße Schlagzeilen gesorgt. Mehrfach zeigten sich die Influencer gemeinsam, genossen offenbar sogar einen gemeinsamen Urlaub. Zuletzt erklärte die Beauty dann aber, die zwei sind nur Freunde, doch wenn es nach Jeliz gegangen wäre, wäre daraus wohl mehr geworden. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin zirrt immer das Cover des deutschen Playboys. Zu dem Shooting für das Erotik-Magazin wurde die Brünette sogar von Paco begleitet. Damals erklärte sie der Zeitschrift, Paco und ich kleben gefühlt 24 Stunden aneinander. Aber wir lernen uns noch kennen und wissen noch nicht, wo das hinführt. Jeliz hoffte offenbar auf die großen Gefühle, wenn es was Festes wird, soll es natürlich auch eine längere Zeit halten, am besten für immer, deswegen lassen wir uns Zeit. Doch aus dem Kennenlernen wurde allem Anschein nach keine Liebe. Denn Anfang April dementierte die Mutter einer Tochter die romantischen Gerüchte, ich bin dankbar, einen Freund wie ihn in meinem Leben zu haben. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you. Thank you. Vielen Dank.